Ende einer ländlichen Idylle. Die kleine Pauline Candis von Candis Hof. Zwölf Jahre alt. Wer macht denn sowas? Genitalverletzung? Negativ. Allerdings weiß ich auch keine Jungfrau mehr. Hast du was mit ihr gemacht? Was? Was? Bruno, Mann! Bruno! Bin zu! Der Tatort und Kommissar La Brea. Die Krimis am Freitag im Ersten. Der Tatort und Kommissar La Brea.